Mann, ich will ja nur noch oben! Ob nicht denn schon? 24, also viel hat sich da noch nicht getan. Ich bin missig. Wow! Sorry Leute, das muss gut sein. Ah, da bin ich. Oh Gott. Ja, wie ich es mir gedacht habe, da genau um zu diesem scheiß Lavasee bin ich rausgekommen. Ja, da muss ich mir dann irgendwie was überlegen, wie ich das am besten verbinde. So, jetzt weiß ich wenigstens, dass es da unten weitergeht. Hm, ich müsste theoretisch da rauf. So. Na? So. Und von dort aus dann rüberlaufen. Ja, bin ich da schon ehrlich gesagt total beschissen gespawnt, also mitten in der Luft. Ich sehe das schon kommen, da falle ich sie hier runter, wenn ich da so rüberbaue. Bis zum nächsten Mal, doch lease das. schön vorsichtig machen wir da unten zuerst mal so ein Grundgerüst falls ich dann später runterfalle dann lande ich wenigstens da drauf falle ich gleich in die Lava ich schaue gleich drüben mal schauen ob ich ein gutes Augenmaß hatte jetzt würde ich gerne schauen wie lange ich schon aufnehme aber lieber nicht weil dann falle ich ganz sicher rein so ok das sollte reichen boah nicht ruckend so so muss mir das hier irgendwie markieren so da so da obwohl wenn ich da dann irgendwann runterfalle durch das Gerüst bin ich ja sowieso tot weil es einfach zu hoch ist da kann ich ja froh sein dass ich in die Lava falle ja sorry dass ich gerade nicht viel rede aber ich konzentriere mich hier nur gerade extrem will ich ja echt nicht sterben bisschen noch ups nein boah bisschen noch ich würde sagen so reicht das oder so so nur nicht runterfalle so nur nicht runterfallen ich würde da jetzt auch vorsichtig rüber gehen boah wenigstens haben wir jetzt schon mal das portal aufgebaut das brauche ich eigentlich eh nicht wirklich das lasse ich gleich hier das nehme ich mit und tschüss so wie lange nehmen wir schon auf bisschen über eine Stunde vielleicht ich nochmal rein es ist nacht gut die Monster sind eh aus so jetzt kann mich immer mit portal in die Höhle Höhle rüber na lauf sehr schön da gibt es dann eh noch einiges zu mehr forschen so also immer wieder wenn wir dann Lust mal auf Höhle haben machen wir dort weiter bis wir dort wirklich alles abgebaut haben so nöda nöda wo sollst du rüber gehen so naja 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 bisschen was haben wir ja hier so ach du brutzest immer noch na klar ich war ja weg ok oh so aha da drüben auch noch was drin mein, wir haben ja genug Öfen boah, jetzt dachte ich, wieder steht ein Kripp ums Eck wenn der hier hochgehen würde ach du Scheiße da müsste ich wirklich mal kurz die Aufnahme unterbrechen da einen kleinen Schreikrampf bekommen so okay da drüben müsste ich noch ein bisschen die Mauer hochbauen und ich glaube mit dem Boden war ich ja auch noch nicht ganz fertig dort scheiß drauf, nehmen wir gleich alles mit scheiß drauf, nehmen wir gleich alles mit scheiß drauf, nehmen wir gleich alles mit so äh, machen wir das lieber erst drüben nicht, dass der Boden dann schon fertig ist so, schauen wir mal ob ich jetzt schlafen gehen können naja und ne, da ist noch eine kleine Lücke blöken bämbämbämbämbämbämbämbämbämbm laufeln, laufen, laufen, ja wir laufen hier So, mal ein bisschen was ausleuchten, damit ich das was baue, dass man das auch sehen kann. So, so viel brauche ich eh nicht. So, die 18 sollten locker reichen. Na? Hey Kuh, was machst du hier? Aha, dort kommt auch noch so ein Stein rein. Ja genau. Ne, kannst du hier bleiben. Das Dom lassen wir einfach holen. Das ist eh zu klein, dass dort irgendwas spawnen könnte. So. Gleich haben wir es. Okay. Habe ich noch ein bisschen über, dass ich das hier auch noch mache. So, da fehlt dann eh nicht mehr viel. Ja. Schauen wir mal, wie viel Erde haben wir denn noch. Ja, ein paar Minuten werde ich noch aufnehmen, dann habe ich vier Folgen wieder. So. Ach, Erde. Hätten wir eh noch ein wenig. Ähm, Fleisch. 32 reichen mir, ja. Okay, mein Witte-Skelettschädel. Okay, einmal geht's noch. So. Das wieder da rein. Bogen lasse ich auch hier. Das Feuerzeug räumen wir weg. Nicht, dass wir da irgendwas abfackeln. Okay, so. Das Feld ist auch schon wieder bereit. Kühe, jetzt haben wir jetzt eigentlich auch eh sehr viele. So, genau, ich wollte ja was mit den Leveln machen. Och, du Scheiße. Der Helm ist ja fast kaputt. Und dann gleich absetzen, ne. Durch dieses blöde Weggesprengen hier immer. So, was haben wir das letzte Mal gesagt? Wie viel Level brauchen wir? Ach, 32. So. Was kostet das dann mit 4? Ach, machen wir's lieber mal so. Okay, Schuhe und Hose geht noch so halbwegs. Und die Werkzeuge, ja. Passt schön, so. Machen wir da auch noch Blöcke. Und zack. Und zack, und zack, und zack. So. Da hab ich sogar noch das Erz auch drinnen. Das könnte ich ja eigentlich auch abbauen und demnächst. Aber bauen wir ja nicht. Blöds, dann hab ich auch noch ein bisschen Erz. Ach Gott, Kohle. Da reden wir gar nicht davon. So. So, dann kann ich das mal einschmelzen, ohne dass dein Kohle verloren dann, oder verschwendet wird. So. So, genau. Diese Kiste wollte ich ja auch nebenbei ein bisschen ausräumen. Okay. Da haben wir wieder zwei Diamanten. Diese Rohstoffe. Die Tränke lass ich jetzt auch mal drinnen. Ach, den Kompass lass ich auch hier dann. Na. Mensch. Kommt da nicht gleich raus. Dann weiß ich nicht, wo der Kompass ist. Okay. So. Die zwei. Dann den Stein. Dann den Stein. Meine Minecraft-Ruhe. Da hab ich jetzt schon sechs Lowern. Dann. Raub, raub. Draub. Draub. Ähm. Feuersteine. Gammeliges Fleisch. Brot. Das hier hin. Das und das. Den kann ich dann nach oben. Obsidian. Ja, muss ich dann eh irgendwie... Gut, die Kohleblöcke kann ich ja zur Kohle machen. Weizen. Ich vermute mal diesen neuen Stroh- oder Weizenblock, der dann kommt, den werde ich dann auch hier rein machen. Ja, und das gefärbte Holz. Keine Ahnung, entweder mache ich da irgendwie, aber dadurch, dass es so viele Farben gibt... Gut, so viel werde ich da eh nicht immer haben. Aber irgendwie mache ich das da dann schon. So. Eins kann man noch machen. So, dann haben wir das auch wieder voll. Dann kann man den da auch noch rein. So, bauen wir den zusammen. Dann brauchen die noch mehr einen Platz. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier das nächste Mal weiter. Wird ein bisschen bei der Farm gebaut. Aber jetzt, da ich ja das Portal schon aufgebaut habe, kann ich ja jederzeit wieder dort in die Schlucht zurückgehen. Oder Minenschacht oder keine Ahnung, dass ja alles mögliche ist, da zusammengelaufen. Und dort weitermachen. Also, ja. Gut, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Lasst halt ein Abo, Kommentar, Daumen hoch da. Wenn ihr das wollt, empfiehlt mich weiter. Damit ich da irgendwie mal diese 55-Abonnenten-Türe schaffe. Weil die da... Das macht mich schon irgendwie ganz, weiß nicht, wie... Leicht wütend, dass ich da über diese verdammten 55-Abonnenten da nicht drüber komme. Keine Ahnung, das ist... Als wenn es unschaffbar wäre. Oder wenn das das Höchste wäre, was man erreichen kann. Und... Ja. Gut, und dann sehen wir halt das nächste Mal wieder. Also, macht's gut. Euer Grafus. Ciao.